... mit einem Räumestein, ist das so? Ja, vor allem, was dann war, ja. Aber erst ist der Heiner, geiler aus Kaffeln mit einem leisigwertstarken Fett. Du setzt da, du weißt ja, die letzten leisigen Koffys. So, 34 sind am Start. Der Heiner kann da aus Kaffeln. Begibt sich in Richtung Fulgur. Sie tun aus. Begibt sich in Richtung Fulgur. So, grüßet mich jetzt. 20 Liter, was noch passiert. Entweder das Warnow oder auch die 50 Liter. Ja, gleich geht's aus. Die letzte Atemkippung macht. Es geht immer noch. Das war's. Nicht ganz hat's gereicht hier zum Vollpull, aber sieht nicht ganz schnell aus. Ist er ausgedacht? Oder hat's Kniegeser mehr? Ja, ich glaube. ... und voll. Mit 47,47 ... ... und 40 ... ... und 40. Ist ok? 47 Meter. Rekkek. So, Frau einmal. Anita ist jetzt am Start. Sie ist die Frau hier mit einem 42-Persen. Stark und fängt. Hattet ihr aus dem Vordor auf die drei Kauten an den vollen Boden zu knarren. Anita möchte ich ganz gerne, dass man zu und sie kommt aus Kappeln-Empsteck, dass wir das nicht vergessen. Kappeln-Empsteck kommt die Urnahme. Sprecher. Aha. Ja, ich habe mal den Zellin gekannt. So, es scheint uns um den Weg zu sein, wir haben hier zwei, die zu verstanden. Mensch, es ist jetzt gerade nach dem Kuh, den wieder nach der Erde hergekommen. Aber wir haben hier noch eine Strecke, aber wir haben hier noch eine Strecke. Das ist jetzt doch nicht so. Ja, überhaupt die Strecke. Jawel уж jetzt bitte. Wie ist es denn, wie es denn auch hier ne filters? Vielen Dank.